Und sie fuhren in das Gebiet von Gerasa, das dem galiläischen Ufer gegenüberliegt. Jesus, Sohn des Höchsten Gottes, was willst du von mir? Ich bitte dich, bitte quäle mich nicht. Wie ist dein Name? Religion, wer bitt nicht, schick uns, schick uns nicht in die Hölle. Lass uns einfahren in die Herde von Schweinen. Da verließen die Dämonen den Menschen und fuhren in die Schweine. Geh fahr von mir! Du Zauberer, verlass uns! Geh fahrt von diesem Platz! Verlass uns! Geh weg von hier! Ich folge dir, wohin du auch gehst. Lass mich, lass mich mit dir kommen. Kehr nach Hause zurück und erzähle, was Gott für dich getan hat. Geh fahrt von diesem Platz! Geh fahrt von diesem Platz!